Wir sind der Kapost. Wir werden euch retten. Ich liebe dich. Was? Ist das nicht lustig? Was? Leck mich, du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher. Nein, leck du mich, Mann. Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste. Und ich meine, was er tun musste. Er hat eine Brücke, er hat eine Brücke, er hat eine Brücke, er hat eine Brücke. Lass dich nicht ärgern, Lugo. Geh doch in Deckung. Alter, geh doch in Deckung, du Affennudel. Du scheiß Affennudel, Alter, der geht nicht in Deckung. Ey, du drückst auf 5000 Knöpfe und keiner ist der Befehl für Geh in Deckung oder was? Das glaubst du auch selbst nicht. Alter, wie behindert, Alter. Es ist auch schön, dass die ganzen Gespräche sich überschlagen und sowas. Das ist total praktisch. Kann man alles mitbekommen. Ah, fuck it. Alter. Jetzt sind es unbesiegbar geworden, oder was? Stirb halt. Alter. Endlich. Ballen da auf mich. Okay, der ist weg. Alter, Leute. Das ist ein Lugo, den kann ich nicht töten. Ich kölze, gib mir Deckung. Trott, flitt auf den Weg. Hab das rein. Warte, ich tue die Deckung. Ich bräuchte Money, Leute. Ich bräuchte Money, Leute. Verdammt, doch was? Verdammt, der Mann, Ruhling. Muss nachladen. Wir sitzen fest, Burka. Du sind auf deiner Seite. Sieht, dass du sie umgehen kannst. Alles klar. Okay, lass schnell doch. Los. Keine Money mehr. Ich werd irre. Los, rüber da jetzt. Moment, ich kann von hinten. Ich bin hier nicht deckt. Was zum Teufel? Scheiße, wo bist du? Wolltest du nicht sein? Ja, du scheiße. Hä? Hä, was, was ist denn für ein Psychotrip? What the fuck? Was für ein scheiß Psychotrip war das denn jetzt? Wer hat davon, wer, wer hat von euch jetzt Speed genommen, ey, und LSD? Wer von euch war das? Wer hat in meinen Sandkasten LSD reingekippt? Ich mag doch meinen Sand ohne LSD. Dann rutscht es besser den Gaumen runter. Ach, komm. Wir werden die Brücke. Los, los, los. Sie kommt nüchentlich nach, Luke. Alter, Leute. Ernsthaft? Ficken. Eisne. Narf. Ah, so. Weil der einfach nicht in Deckung geht. Hör auf zu laden und lass starten. Alter Schwede, ey. Es ist zum Heulen. Alter, Leute. Was soll der Müll jetzt? Als ob ich gerade online gegen Scheiß-Ami spielen würde. Du triffst sie, aber sie krepieren nicht. Ich kalt sie, geht in die Deckung. Vorsicht, Schraubflitte. Ach, Leute. Leute, gleich, gleich hol ich meinen Pimmel raus. Und dann ramme ich sie alle zu Tode. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Was soll man denn machen, außer killen? Darum nehmen wir gleich die Schotty damit, ey. Mann, aber irgendwann verliert man auch die Lust jetzt daran. Vor allem, wenn man den ganzen Scheißrotz nochmal machen muss, ey. Das ist echt schlecht gemacht. Naja. So, her mit der Schotty jetzt. 15.000 Minuten, 16.000 Minuten, meine Fresse. Ich hasse es. Du kannst ihn direkt treffen. Es interessiert ihn nicht. Nee, warte, da oben ist noch einer. So, jetzt erstmal nachladen. Ist jetzt Ruhe hier. Ja, mach hin, ey Arschloch. Du kannst ihn perfekt töten. Erstmal exekutieren, diesen Arsch hier. Du, mach hin, du arschloch. Du Arschloch. Verreckt. Verrreckt! Scheiße! Wo bist du? Wo kann... Ich hab doch keine Ahnung! Was soll das für ein Psychotrip sein? Alter! Na her damit! Mission auffüllen! Mission auffüllen! Puh! Hab ihn! Ja! So, alles klar. Bedankt euch. An mir reicht's von dem Karl. Was meinst du, von wo Sende werden? Ich weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmbahn kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Fische, Fallkontakt. Wo sind die? Über dir. Oh, hier hittet... Immer schwer unter dem Schoß. Hat das rein! Ach, verdammt doch mal! Er sagt das. Hättest du nicht von mir gedacht, was? Ach, verdammt doch mal! Ach, verdammt doch mal! Ach, verdammt doch mal! Du kannst, Adam's! Okay, ich stell' ihn auf die Füße! Danke mal! Ich glaub, das waren alle! Ganz wohl reden! Da kommen noch mehr! Verflucht! Man rötter setzt sich auf! Ach, ihr Jungs, gebt mir euch nicht im Herbst. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Oh, jetzt geht's aber erstmal ganz reingemachte hier. Total draufgeballert hier. Du bist ohne Ende. Der ballert dann hier auf mich. Los, du auch noch hinterher hier. Den zentriere ich dann gar nicht mehr. Okay, das ist ein Kollege anscheinend. Wer ballert denn hier auf mich? Alter! Das kann nicht sein! Da, der Bullshit! Sorry, dass ich was esse, aber... Ich hab so cool Dampf, ey, es geht nicht anders gerade. Also, mir macht dieser Raum irgendwie extrem viel Angst, dieser Lade, bitte schon. Da kommt noch mehr! Verflucht! Morgen! Fuck it! Alter! Vor allem dieser lange Ladebildschirm, das muss nicht sein. Es sind gerade mal 3 Minuten, äh, 30 Sekunden gewesen. Oh Gott, ich muss 10 Sekunden, 20 Sekunden in die Vergangenheit wieder reißen, weil es da angefangen hat. Scheiße, es braucht extrem viel Scheiß-Tracks-Energy, yeah! Da kommt noch mehr! Wann hört das endlich auf? Ach, ihr Jungs! Ach, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Und dann geht es für mich. Wir werden hier verantworten! Wir werden hier wirklich verantworten! Wir werden hier verantworten!